Musik 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 Ja, das Bild war über Jahrzehnte in einer Wiener Privatsammlung und wurde zuletzt im Jahr 1964 in einer Ausstellung in Wien gezeigt. Seitdem war es vor unserer Ausstellung nie mehr öffentlich zu sehen. Deswegen ist das etwas ganz Besonderes, gerade dieses Bild aus der besten Zeit der goldenen Periode wieder einmal öffentlich zeigen zu können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020